Was geht ab, meine lieben Freunde, JogiTV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem dritten und letzten Teil unserer How-To-Liberalist-Tribe-Brigade-Series und ihr wisst mit Sicherheit, was das bedeutet, wir werden uns heute Stack-In-Action anschauen. Wie üblich habe ich einige Replays aus Project Ignis für euch vorbereitet und ich würde mal sagen, ohne dass wir noch mehr Zeit verlieren, lasst uns direkt loslegen. So und unser erstes Game hatten wir gegen Gren Maggio. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier an der Stelle Schägersteinpapier gewonnen, das heißt, wir fangen an, wir haben jetzt auch unsere Voll-Kombo gezogen, wir haben einmal den Fraktal und einmal den Warbler. Die Hand von dem Gren Maggio-Spieler sieht zwar nicht schlecht aus, aber der hat zu unserem Glück keine Interruptions, das heißt, wir können jetzt hier an der Stelle mit unserer Kombo voll durchziehen. Wer die Kombos noch nicht gesehen hat, der kann das Ganze gerne in dem zweiten Teil unserer How-To-Series eben nachholen. Da werde ich das Ganze eben langsamer zeigen und auch die Kombos erklären. Ja, wir beschweren das hier an der Stelle eben in unseren Rugal, gehen dadurch in die Appalusa für zwei. Die Appalusa ist zwar schwach und hat nur zwei Negates, aber es reicht eben aus, um den Rest unserer Kombo zu verteidigen, das heißt, wenn der Gegner jetzt hier an der Stelle irgendeine Handtrap schmeißen würde, haben wir eben zweimal die Möglichkeit, eine Handtrap zu annullieren. Ja, wir aktivieren den Effekt von unserem Keras-Verband, zwei für unseren Doppeldrachenlords, beschwören dann unseren Simorg, eben für den Windlock, können dann in der Endphase die Barrierestatue beschwören und dann den Gegner so übergeben. Ja, er versucht das Ganze eben kurz mit seinem Trade-In, aktiviert die Karte, wir haben auch nochmal eine Ash, dazu kommt ja auch noch, dass wir eben die zwei Negates von der Appalusa haben, das heißt, er aktiviert als nächstes den Effekt vom Gefahr-Donnervogel, eben dadurch, dass der durch den Effekt von Trade-In abgeworfen wurde. Das Ganze annullieren wir dann mit unserer Appalusa und dann sieht auch ein, dass der nichts mehr machen kann, der durch den Windlock kann eben plus Windmonster-Specialen, er hat eben zweimal die Zauberkarte und einmal den Kaiju, nichts davon kann er ausspielen, sein Grand Margeau hätte null Angriffspunkte und wir hätten ihn in der nächsten Runde auf jeden Fall Uticade. So, und unser zweites Game hatten wir gegen Phantom Night Burning Abyss. Hier muss man ganz klar sagen, sieht unsere Hand bei weitem nicht so beeindruckend aus, wie jetzt im Game 1. Wir haben jetzt zum einen hier Eid der Starbrigade gezogen, eine Karte, die wir jetzt definitiv in unserer Hand nicht sehen wollen, zum anderen haben wir jetzt auch weder Fraktal noch unseren Warbler, das heißt, ja, von der Full-Combo sind wir weit entfernt. Nichtsdestotrotz können wir hier einiges machen, wir aktivieren als nächstes den Effekt von unserem Keras und werfen unseren Kit auf den Friedhof. Dadurch wird eben der Effekt vom Kit aktiviert und wir können uns eine Starbrigade-Karte von unserem Deck auf den Friedhof kicken, das heißt, wir entscheiden uns dafür unseren Nawal, der Erträger dadurch und wir können uns Fraktal auf die Hand suchen, nutzen als nächstes den Effekt von unserem Keras, verband zwei Monster, um den Harpion Konduktor zu beschwören. Ihr seht bestimmt, worauf es hinausführt, wir haben jetzt hier einen Wing-Beast-Monster und können dadurch eben unseren Simorg beschwören. Da wir noch nicht normal beschworen haben, können wir eben unseren Fraktal beschwören, seinen Effekt aktivieren für zwei, so dass wir noch einmal die Doppeldrachenlords beschwören können, um eben unsere Windstatue zu beschützen. Wir gehen also in die Endphase und in der Endphase können wir dann unsere Windstatue beschwören, so dass der Gegner eben nur noch Windmonster als Spezialbeschwörung beschwören kann. Ja, für den Gegner ist das Ganze kein Problem, denn er hat hier noch einmal die Forbidden Droplets auf der Hand, die Karte wird auch dann sofort ausgespielt und er entscheidet sich eben, meine beiden Monster zu annulieren, das heißt, an der Stelle habe ich absolut keine Interruptions mehr, spielt als nächstes hier seine Verstärkung für die Armee, das Ganze wird aber von mir geasht. Ja, er macht dann weiter, indem er den Effekt von Fogblade im Grave aktiviert und dadurch eben seinen Phantomade-Monster wieder zu beleben. Ja, und hier habe ich dann doch einen richtigen Big Brain Move gemacht, da muss ich mich auch ein bisschen selber loben und zwar aktiviere ich dann eben den Effekt von meinem Doppeldrachenlords. Das Monster ist zwar annulliert, ich kann trotzdem seinen Effekt aktivieren und eben die Kosten zahlen. Als Kosten zahle ich dann eben meine Windbarriere-Statue und kette daraufhin eben den Effekt von meinem Eid der Starbrigade und wähle eben meinen Doppeldrachenlords als Ziel, so dass ich dann die Statue wieder zurückholen kann, wodurch dann eben die Statue wieder live ist und den Effekt aktiviert. Das heißt, der Gegner ist jetzt hier an der Stelle in Wind gelockt, er kann nichts machen und kippt dann auf. So, und unser nächster Gegner war ein Mystic Mind Player. Hier hatten wir natürlich Glück, dass wir anfangen dürften. Das war das eine und zum anderen haben wir auch noch Full Combo auf der Hand, eben erneut wieder den Fractal und Warbler. Das heißt, wir ziehen erneut unsere Full Combo durch. Dadurch werden wir eben auch noch in Eid der Starbrigade in Grave kicken, was uns dann eben Interruption gegen Karten wie Dark, Cruel, No More oder in dem Fall auch Mystic Mind geben wird. Das heißt, wir machen eben die gleiche Combo, die wir jetzt im Game 1 gesehen haben. Im Prinzip ist es auch das beste Board, was wir hier stellen können. Was wir dann am Ende haben, ist eben einmal eine Apolosa mit zwei Negates, je nachdem, ob wir die Negates irgendwo auf dem Weg verbraucht haben. Wir haben einmal unseren Windlock, wir haben einen Bounce durch den Doppeldrachenlords und dann haben wir auch noch einmal eben die Eid der Starbrigade live im Grave. Das heißt, wir können eine beliebige Zauber- oder Fallenkarte des Gegners annullieren. Wir gehen also hier in die Endphase und beschwören dann eben unsere Windbarriere-Statue. Das heißt, der Gegner ist jetzt erneut wieder in Windmonster gelockt. Das heißt, er kann bloß Monsterspezial beschwören, die eben Wind sind. Er beginnt das Ganze, indem er seinen Amano Iwato beschwört, aktiviert dann als nächstes auch gleich seine Mystic Mind. Die Karte wird natürlich von uns sofort annulliert, denn ja, da haben wir gar keine andere Möglichkeit. Er setzt noch zwei Karten verdeckt, aktiviert eben seine Göttin und kann eben unser Deck stacken. Das heißt, er kann die obersten drei Karten bei unserem Deck angucken und dann die, ja, sie in beliebiger Reihenfolge dann wieder zurück aufs Deck legen. Geht in die Endphase und aktiviert da den Effekt von seinem Amano Iwato, um ihn zurück auf die anzuholen, sodass das Feld lässt und alle meine Monster dann quasi, ja, nicht angreifen können und tot sind. Ich meine, ihr wisst mit Sicherheit, was Mystic Mind macht. Dazu kommt ja, dass ich bereits fünf Monster auf dem Feld habe. Das heißt, ich hätte dann eigentlich gar keine Möglichkeit, die Mind zu outen. Die ist ja nur für diesen Spiel zu granuliert. Allerdings kette ich da in der Endphase den Effekt von meinem Doppeldrachenlord, kann meine Tanke dann auf dem Friedhof legen und den Gegner eben dazu bringen, seine Mindwild zurück auf die Hand zu nehmen, sodass ich im Prinzip freies Feld habe. In der Endphase aktiviere ich noch einmal den Effekt von meinem Simorg und kann mir dadurch eben noch einmal den Nebeltalgoldadler holen. Das heißt, ich bin jetzt auch an der Stelle von Spell & Traps sicher und kann den Gegner im Prinzip jetzt in der Runde versuchen zu outen. Das zieht er dann auch ein und sobald ich meine Karte ziehe, gibt er dann auf. So, und unser Game Nummer 4 hatten wir gegen Weatherpainter Numeron. Hier haben wir Schägersteinpapier verloren, das heißt, der Gegner fängt an und er beginnt das Ganze mit seinem Pot of Prosperity-Verband. Dadurch die drei Karten aus seinem Ex-Telec und kann sich eben die drei obersten Karten von seinem Deck anschauen. Hier hat er Glück, er hat eben seine Numeron-Network getroffen. Er macht dann weiter, indem er seine Zauberkarte Weatherpainter Snow Canvas, glaube ich, heißt er, aktiviert. Wer die Weatherpainter nicht kennt, ist es ja dann so, dass eben die Monster, die sich in derselben Spalte wie die kontinuierlichen Zauberkarten oder auch in der benachbarten Spalte befinden, eben dann diverse Effekte bekommen. Bei Snow Canvas ist es so, dass man dann eben eine Weatherpainter-Karte von seinem Deck auf die Hand holen kann. Als nächstes beschwört er dann Weatherpainter Snow und ensemble wird der Effekt aktiviert und er kann sich eben eine Weatherpainter-Karte von seinem Deck direkt in die Spell & Trap-Zone platzieren, eben offen platzieren. Nutzt dann den Effekt, den sie durch die Weatherpainter Snow Canvas erhalten hat, verbannt sie dann eben bis zu seiner, ah, bis zu der nächsten Standby-Face und kann sich dadurch eben eine weitere Weatherpainter-Karte holen. Aktiviert anschließend dann eben sein Numeron-Network. Was jetzt kommt, könnt ihr euch sicherlich alle denken, das heißt, er kann sich eben diese vier Numeron-Monster beschwören, diese Numeron-Gates und macht anschließend mit allen vier Monstern dann eine Apollosa für vier. Das heißt, an der Stelle übergibt er den Zug an uns, wir sind an der Reihe, ziehen unsere Karte und in der Standby-Face kommt eben sein Weatherpainter Snow zurück. Was wir jetzt an der Stelle haben, ist eben eine Apollosa für vier und eben ein Spell & Trap-Bounce, mit dem wir jetzt hier klarkommen müssen. Unsere Hand sieht definitiv nicht schlecht aus, wir haben im Prinzip einmal Full-Combo. Wir haben auch den Gama, der eben mit der Apollosa, ja, klarkommen kann. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass sie eben die Apollosa aktiviert, bevor wir das erste Monster auf dem Feld haben. Denn die Apollosa ist ja once per Chain, das heißt, sobald sie irgendwas versucht zu annullieren, können wir dann eben gleich, äh, ja, den Effekt der Apollosa erneut annullieren. Das heißt, wir beginnen das Ganze mit unserer Tanki. Für uns ist an der Stelle egal, ob der Tanki-Effekt durchkommt oder nicht, denn wir haben ja den Fraktal bereits auf der Hand und es ist ja auch unser einziges Target, was wir damit suchen können. Das heißt, den ersten Negate haben wir an der Stelle gebaitet. Wir versuchen das gleiche gleich mit dem Fraktal, nutzen seinen Effekt. Der Gegner fällt aber nicht darauf rein, das heißt, wir können unseren Kobalt-Sparling schon mal abwerfen, aktivieren als nächstes den Effekt von unserem Foolish, werfen unseren Nawal rein und hier ist der Gegner dann doch Trigger-Happy und aktiviert den Effekt der Apollosa, um eben den Effekt von Nawal zu annullieren. Und da ketten wir eben den Effekt von unserem Gamma an, um die Apollosa zu annullieren, das Monster zu zerstören und obendrein klicken wir auch nochmal zwei Monster. Das heißt, an der Stelle werden wir jetzt alle Interruptions vom Gegner durch und er kann mit uns nicht mehr interagieren, beziehungsweise wir wissen jetzt nicht, ob der irgendwelche Hand-Traps hat, aber ja. Ja, wir müssen jetzt bloß dafür sorgen, dass wir keine Monster mehr auf dem Feld haben und da ist es eben gut, dass wir diesen Omega spielen. Das heißt, wir können den Effekt von Omega nutzen, dann den aus dem Spielverband, gleichzeitig mit einer Handkarte des Gegners. Wenn wir da Glück hätten, hätte er auch vielleicht noch ein Handtrap dabei sein können. Und ab jetzt können wir eben unsere Kombo durchziehen, wir können eben unseren Warbler beschwören, dadurch eben den Türkischpatz holen. Dann durch den Effekt von Türkischpatz können wir uns eben ein Monster suchen, gehen dann in den Rang 1, im Prinzip eben der Start unserer ganz normalen Kombo. Allerdings, da wir jetzt jetzt Going Second sind und den Gegner auch angreifen können, werden wir die Kombo natürlich etwas anders ausführen, wie sonst. Das heißt, wir benutzen an der Stelle eben unsere beiden Monster nicht, um den Conductor zu gehen, sondern um die Fairy Jet zu beschwören. Und durch den Effekt der Fairy Jet können wir unseren Fraktal-Special aktivieren als nächstes den Effekt von unserem Nawal, verbanden dann eben drei Monster, um uns das Link 3 Vogelmonster zu beschwören. Ihr könnt es euch selber lesen, wie es heißt, weil ich kann es einfach nicht aussprechen. Ja, linken dann die beiden Monster weg für den Axis Code Talker und nutzen natürlich den Effekt vom Axis Code Talker, um ihn auf die 5300 Angriffspunkte zu pushen. Dazu kommt auch nochmal der Effekt der Fairy Jet, ja, um dann eben unsere Tankie gegen den Fraktal auszutauschen. Wir aktivieren als nächstes den Effekt von Keras auf dem Feld und verbanden dann hier gleich vier Monster, eben um unseren Shurraik zu beschwören. Und durch den Effekt von Shurraik, wenn er beschworen wird, können wir eben eine Karte auf dem Feld verbanden. Und hier habe ich dann einen riesen Fehler gemacht. Ich habe durch, also für die Beschwörung von Shurraik habe ich eben alle meine Link-Monster verband aus Versehen, habe doch gar nicht drauf geachtet und dann eben den Effekt von Axis Code Talker aktiviert, weil ich wusste, dass ich ja im Prinzip die Fairy Jet noch im Grave haben sollte und eigentlich auch diesen Vogel, den ich nicht aussprechen kann. Das heißt, ich hätte im Prinzip zwei Karten zerstören können. Ja, die beiden Karten war aber bereits verband. Das heißt, ich müsste mich eben an der Stelle entscheiden zwischen meinem Axis Code Talker oder meinem Shurraik. Ein riesen Mistplay von meiner Seite, der mir jetzt auch das Game kosten würde, will ich jetzt nicht sagen, aber das Game auf jeden Fall in die Länge ziehen könnte. Ja, ich habe natürlich meinen Shurraik entschieden. Das heißt, ich könnte nochmal seine Karte schießen. Allerdings habe ich ja noch nicht normal beschwören. Darunter, das heißt, ich konnte nochmal meinen Fraktal holen. Und ja, das hat dann immer noch ausgereicht, um das Spiel zu beenden. Aber ja, das hätte definitiv auch anders laufen können. So, und unser letztes Game hatten wir gegen einen Dino-Spieler. Ja, unsere Hand sieht jetzt nicht so überragend aus, aber ja, wir haben definitiv einige Plays. Wir haben ja zum Glück unsere Katze, das heißt, wir können damit was anfangen. Wir können die Katze beschwören und deren Effekt aktivieren. Allerdings wird das Ganze dann von der Ash getroffen. Und das ist was, womit ihr auch rechnen könnt, wenn der Gegner die Ash hat, wird er zu 90% die Karte dann auch ausspielen. Weil jetzt habt ihr eure Normalsamen raus. Und ja, wenn der Gegner ein Glück hat, könnt ihr auch nichts mehr weitermachen. Wir haben aber zum Glück noch einmal unseren Keras, das heißt, wir können da jetzt den Kit abwerfen, der Effekt von Kit triggert und wir können den Treffpunkt der Stabbrigade nochmal in den Grave reinkicken. Aktivieren als nächstes den Effekt von Keras für zwei. Wir machen jetzt hier im Prinzip unsere Basic Plays. Wir können eben den Konduktor beschwören, die beiden Monster dann weglinken und eben den Simorg Link beschwören. Das heißt, in der Endphase können wir den Effekt von Simorg Link nutzen. Allerdings hat er hier den Gamma, das heißt, wenn das jetzt durchgehen würde, wären wir absolut schutzlos. Zu unserem Glück haben wir nochmal eine Ash in der Hand, das heißt, wir können eben anulieren und dann trotzdem unsere Windbarriere-Statue beschwören. An der Stelle sieht es dann so aus, dass eben die meisten Karten in der Hand des Gegners tot sind, denn solange die Windbarriere-Statue auf dem Feld ist, kann er weder seinen Gamma aktivieren noch den Nibiru und ja, von den Nibiru hat er sogar noch zwei Stück, denn ja, es sind alles Monster, die auf das Feld beschworen werden müssen und keins davon ist eben Wind, das heißt, die Karten sind im Prinzip tot. Das Einzige, was ihm bleibt, ist eben diesen Riesenrex als Normalbeschwörung zu beschwören und über unsere Windstatue drüber zu laufen. Genau das versucht er dann auch, er wechselt in die Battle Phase, greift dann an, aber wir haben hier noch unseren Treffpunkt der Stabrigarde im Grave und unser Monster ist ja gelinkt, das heißt, wir können eben das Monster vor Zerstörung schützen. Viel mehr kann er nicht machen, geht in die End Phase und in der End Phase triggert erneut der Effekt von Simorg und wir können uns eben den Nebelteil Goldadler beschwören, das heißt, wir sind jetzt auch noch einmal um ein Omni-Neget-Reicher, fangen dann mit unserem Zug an, ja und der Gegner weiß dann, das ist kein Ausweg mehr für ihn in Sicht und gibt dann auf. Das zu unseren Replays, ich muss sagen, ich finde das Deck derzeit richtig stark, es hat Out gegen die meisten Boss-Monster, zum Beispiel Dragoon ist hier absolut kein Problem, Shorai kann sich ohne größere Mühe darum kümmern. Aber auch mit einem Fraktal können wir eben einen Axis-Code-Talker mit 5300 Angriffspunkten beschwören, so dass wir über die meisten Boss-Monster einfach drüber rennen können. Das Deck ist meiner Meinung nach nicht ganz anfänger geeignet, die Kombos sind dann doch recht lang und unterscheiden sich auch stark voneinander, so dass es doch ein bisschen Zeit und Übung erfordert, bis man sich eben alles eingeprägt hat. Wenn man aber eine Weile damit gespielt hat und die Kombos dann so drauf hat, so macht es dann definitiv Spaß und das Deck ist dann doch stark flexibel. Preislich hat das Ganze leider auch ziemlich angezogen, es ist jetzt bei weitem nicht mehr so günstig, wie es am Anfang war. Wenn man überlegt, zu Beginn von Phantom Rage hat man für Fraktal 2 bis 3 Euro gezahlt, mittlerweile sind das 15 und da sollte man definitiv ein Playset davon haben. Auch Shorai war zu Beginn 5 bis 6 Euro und mittlerweile Zeitmann 20 und auch da würde ich euch stark empfehlen, eben zwei davon zu spielen. Aber wenn man sich das Ganze leisten kann, so macht das Deck definitiv Spaß und ich denke, es ist noch nicht irgendwie von der Bandlist gefördert, so dass man damit noch eine Weile eben spielen kann. Dazu kommt auch noch, dass das Deck eben in Lightning Overdrive noch weiteren Support bekommt, so dass man dann eben auch nochmal andere Varianten des Decks spielen kann, weil ich glaube, mit dem neuen Support wird das Ganze dann mehr zu einer Pure Variante. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Was hält ihr von Lira-List Strike Brigade oder was sind eure Meinung nach die besseren Strike Brigade Varianten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, denkt bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Nachdem gerade dazu Vielen Dank.